Das ist der Adidas Finale Berlin Ball. Mit dem Adidas Finale Berlin gibt es den neuen Ball der Champions League. Und zwar, wie wir ihn hier haben, den Adidas Finale OMB. OMB ist wieder die Bezeichnung für Matchball, das heißt es ist der offizielle Spielball. Der OMB Ball zeichnet sich in der Finale Version diesmal durch die Star-Panel-Technik aus, das heißt die einzelnen Paneele sind wieder in Sternenform gehalten. Und wie man es bei allen Adidas-Bällen kennt, mit TSBE komplett verschweißt, sodass der Ball eine nahtlose Konstruktion hat. Was den Berliner OMB hier auszeichnet, der Ball ist für die Champions League Finalspiele gedacht, wie hier dran deutlich zu erkennen ist. Und vor allem für das Finale nachher im Stadion, also in Berlin. Haupteigenschaften des Balles sind klar die Konstruktion, aber ansonsten auch das Design. Man hat einmal das Brandenburger Tor untergebracht, dann ist der Bär vorhanden, der das Wappen Berlins ist. Und es kommt ein Farbdesign zum Einsatz, das besonders farbig ist und so der Stadt angepasst ist und das ein echtes Highlight bietet. Gerade durch den Look ist es eine Frage an euch. Wie findet ihr den Ball? Gefällt euch der Finale Berlin? Oder sagt ihr, den Ball hätte etwas zu ausgefallen? Schreibt es unten nochmal über die Comments. Was denkt ihr über den Adidas Finale Berlin OMB? Und dann vielleicht auch, mit was spielt ihr lieber? Dem Finale Berlin OMB oder einem einfachen Torverbrückball? jatot höh. Wie? Wie?